einen wunderschönen guten tag meine liebe youtube gemeinde ich bin jetzt okay und ich heiße ich recht herzlich willkommen zurück zu seven days to die auf der ps4 so der leid machen wir mal wieder ab video lang ist her ich weiß gar nicht wo wir stehen bleiben sind ich weiß gar nicht was ich machen wollte aber ja keine ahnung nicht ich weiß nicht habe ich habe ich ganz zufällig nein habe ich nicht pass auf ich weiß was wir machen jetzt da heute heute wird wieder etwas gebaut und was bei mir wo ist es denn ich glaube ich habe es unten unten im bunker ich glaube es ist unten im bunker lassen wir runter gehen und gucken wie gesagt heute wird das ein kurzes schilliges video wir bauen noch ein bisschen was vielleicht haben wir kriegen auch besuch ich weiß nicht wo ist es denn hier ist es denn ja genau hunderte und und ich sehe es gerade nicht das ist er schmoren da ist ja da ist ja 51 pass auf ich brauche aber noch was ich brauche nur steine ich brauche da so da habe ich den rahmen schon gemacht fürs mobile gell aber das mobile geht noch nicht weil weil warum eigentlich was fehlt mir ja ein motor und dann ganz direkt der fährt genau mit feld hat nur so eine gs so lauf geht sich hier als 341 aber da wo habe ich die steine gehabt wo ich die steine gehabt wieso hilft mir keiner da hier pass auf da machen wir kurz da machen wir kurz das muss so sein ok was fehlt lehm brauche ich auch noch ja pass auf das habe ich ja auch irgendwo gehabt oder wenn das jetzt unten ist dann fahr ist mir ein bisschen ich renne sicher nicht mehr runter nein nein ich renne drüber so pass auf wir hunde sind so so hier darf ich nicht graben hier hinten war die stelle ja genau kommen wir aus denn ich will da noch was machen ich will da noch was machen das ist ganz wichtig wo waren die stelle leben wo war es hier ist gut ich will ja noch etwas machen damit ich mich noch leichter tue bei hordennächten ok muss ich schauen ich kriege das eh rechtzeitig hin ich glaube die zeit rennt jetzt gar nicht mehr so schnell wie am anfang ich glaube er hat die einstellung wieder übernommen er hat die einstellungen irgendwie wieder geswitcht gehabt wieder auf standard retour das passt schon so so lass gucken wie viel leben auch leben ist genug das ist genug da klopfen wir aufs maximum das reicht das reicht dann vollkommen wahnsinn so wie das abgeht so da wird es ein bisschen problematisch ich weiß nicht wie ich das genau mache das wird jetzt ein bisschen hocken ok das ist leider so soll man da hier wird es ein bisschen blöd da wird es ein bisschen blöde aber ich glaube ich krieg es hin ich glaube ich krieg das irgendwie hin ich kann doch im wasser auch platzieren sich das heißt ich fand da an dann fangen wir hier an so 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 war mal so ruhig worden hab ich halt mehr davon das macht nix obwohl das ist sogar zu hoch oder auf der stelle ist ja wurscht na ein bisschen blöde wird aufpassen nicht piksen so ich kann mich ja drauf stellen ist einfacher ein blödsinn was mache ich dafür ein blödsinn erst es gibt es ja nicht na das gefällt mir jetzt nicht so will ich das nicht was auch fliegen wir runter wenn ich da jetzt anfangen zum pudel ja genau gut die sollen auch weg die soll noch weg fast ab und level ab für was auch immer nein das war eins zu tief ich muss mir da echt mehr mühe geben mit damit da ist schon wieder eins zu jetzt habe ich was ist denn los mit dem spiel heißt langsam aber sicher komme ich mir da ein bisschen verurscht vor klappt nicht so ich glaube dass alles gut so dass gut so da okay ist ein bisschen zu tief ein bisschen zu tief aber das macht nichts ich kann ja genug solche dinger herstellen es ist nicht sogar schon fertig respektomatik ich wollte nichts trinken wurscht hier da haben wir gleich aufs maximum 300 ob das reicht oder das wird reichen 303 vollkommen da kann ich suchen noch mehr freund wichtig ist die zeit muss reichen denn die zeit ist das schlimmste ja okay ausnahmsweise kommt ein bisschen blödsinn gemacht habe hier nichts herum zucken ist denn da los erst das war eins zu viel oder kann man lassen kann man lassen warum ist denn da gott im himmel bitte und so zerbröselt der keks normal nein nicht schon wieder aber warum macht das das spiel das ist echt traurig oh bitte ja ich weiß jetzt nicht okay ja mein haus steht auch bisschen blöd wenn ich ehrlich bin steht ziemlich blöd gott da müssen wir schauen müssen wir schauen müssen wir schauen okay ich kann es jetzt nicht versprechen dass das ziehen wird so wie ich mir das gerade vorstellt na wo sie es braucht einladung los los tue es momentan passt noch ich glaube jeder kann sich schon ungefähr vorstellen was ich vor habe oder man muss keine raketenwissenschaftler sein dafür so ist nicht der schmoren ist nur er ist wurscht verdammt keine ahnung vielleicht wird vielleicht wird es nichts ich war auf jeden fall war ganz kurz ich mache das gleich ich brauche auf jeden fall mehr gitter ich habe das ich spiele schon das wird sich nicht aus einfach ich noch das ist gut wenn ich die 100 noch hinkriege das gefreut mich aber ob 100 reichen noch mehr glaube ich nicht das wird zu wenig sein ich kann es euch garantieren das wird einfach zu wenig sei die hundert ich glaube ich gehe die ganze sache gerade im fall schauen wenn ich so drüber nachdenken ich muss mir das dann anschauen was ich da fabriziere ich glaube ich muss da gar nicht zweimal graben na ich muss ja gar nicht ich bin so ein held jetzt passt schon jetzt wo ich so drüber nachdenken bin ich endlich drauf gekommen dass ich eine idee ob ich bestimmt ziemlich unnötig was ich da macht ok was ich da jetzt war aber ganz ehrlich ist mir wurscht ich will es haben jetzt so perfekt perfekt ist das exzellent madame exzellent so ja 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 wurscht das muss ich so das muss so das darf so bleiben ich will es einmal rundherum machen und dann hoffentlich habe ich noch genug solche blöcke genau ja ja ich dürfte es genug haben ich dürfte genug haben das geht schon ok ich sorge mir dann dürfte es passen so nur ein bisschen weiter weg weil was ist da jetzt da gebietet muss ich nur noch einmal grauen wie weit ungefähr damit ich draußen ein bisschen spazieren gehen kann auch so so reicht vollkommen oder na Moment reicht nicht ganz nicht ganz hier ist da fängt schon wieder an gut kriege ich auch gleich ein bisschen leben noch aufwerten muss ich die dinger dann auch noch jups 13 minuten nur blödsinn das ist wahnsinn also ob sie das wie ausschaut das weiß ich nicht das kann ich mir nicht vorstellen ich weiß jetzt nicht oh gott jetzt hat es mich gerissen perfekt exquisa 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 keiner schmeckt so gut wie dieser ja das passt also hoppala schmarrn wurscht das passt schon so wir sind sogar zu hoch wir sind hier viel zu hoch aber wir müssen eine linie bilden mit einem das geht nicht anders was ist los warum spinnst du jetzt so herum bitte ich mag dich gern platzieren er wird sagt er wurs was er hat das ist jetzt das ist das ist das ist das ist Ich glaube, ich muss die Dinger da mal wegnehmen, weil man sieht es. Die Baumwolle war im Weg. So. Gut. Jetzt einmal noch rundherum. Ob das da nicht so hoch ist? Okay, bitte. Wieso machst du so was? Na, aber ich habe genug. Ja, echt ist die Baumwolle im Weg? Das kann es nicht sein. Das kann es mir nicht erzählen. Na, definitiv ist das dann so. Ist ja. Ich werde da schon irgendwie hinkriegen. Hätte ich gleich eine Mauer rundherum bauen können. Brauche ich jetzt die Gitter auch nicht mehr, verstehst du? Das ist echt dumm, was ich da gerade mache. Na, ist dumm, weil ich, weiß nicht. Keine Ahnung, was ich mir da denke gerade. Eine doppelt gemoppelte Mauer. Weil das halt so uneben ist. Wisst ihr, ich wollte nur eine Reihe machen und dann Gitter. Dass ich so eine Art, äh, dass ich einen Zaun halt habe, ne? Und dann durchschießen kann. Aber wenn ich jetzt so hoch mache, werde ich ja nicht durchschießen können. Und dann außer, ich erhöhe ein bisschen den Boden. Und warum sollte ich denn das tun? Na, weil ich zu blöd bin, rundherum zu bauen? Ja, genau, das ist es. Das ist der Kruend. Ja, aber es geht sich locker aus. Super. Nur eins habe ich jetzt nicht bedacht. Wo ist mein Ausgang? Ich bin so ein Held, echt. Bitte. Bitte. Ich habe den Ausgang vergessen. Ich bin ein super, super, super cooler Typ. Ich bleibe jetzt für immer zu Hause. Nein. Weil du blöd bist. Ist so. Ist die Blume im Weg? So, hier passt ja noch. Hier passt ja noch. Das Eck ist gut. Das hier. Obwohl, das geht noch. Und da, da ist unnötig dann Gitter. Das eine Eck hier. Müsste ich den Boden etwas erhöhen. Dann passt's. Okay, ist gut. Das lassen wir so jetzt kurz. Nein, lassen wir nicht. Lassen wir nicht. Weil ich gesagt, wo ist denn hier die Tür? Hier. Das heißt hier. Genau, hier kommt ein Ausgang. Ups. Muss ich da mit der Schaufel ran, oder wie schaut's aus? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. So. Hier kommt der Ausgang. Oh Gott. Das heißt, ich brauche hier noch zwei Blöcke, oder so. Tritt, 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 tritt. So, hier und hier. Und hier kommt eine Tür. Dann ist alles gut. Und ganz zufälligerweise habe ich ja Türen momentan im Sonnenwagen gebaut. Irgendwo in der Base. Dann habe ich hier irgendwo Türen. Oder habe ich die Türen unten? Ich glaube, die Türen habe ich unten lassen, gell? Kann das sein? Könnte ja möglich sein. Ups. 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 Irgendwo habe ich jetzt Unmengen von Türen. Hier. Try. Das ist ganze Try-Türen, Mann. Das wollte ich nicht. Das war unabsiedrig. Tut mir leid. Entschuldigung. Nicht schlaufen. Ich kann es nicht reparieren. So, wollen wir die da so bauen? Oder warte, ich muss schauen wegen dem Fußboden hier. Das heißt, ich muss hier noch ein bisschen krabben. Hier kurz da so mal wegkrabben, weißt du? Ups. So wollte ich das nicht. So, perfekt. So könnten wir es lassen, oder? Dann kurz eine Leiter hinmache. Also eine Stufe, eine Treppe oder so ein Dreck. Scheiße, mit drei Holz kriege ich da nichts hin, hm? Wurde. So. Ist gut. Hast du einen Hunger? Pressiert mich nicht. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. okay das eck muss ich anders machen da habe ich auch nicht mitgeteilt die ecken muss ich mit blöcken machen ich sing jetzt blöd herum weil ich nicht weiß wie reden soll es tut mir richtig leid freunde bitte verzeiht mir das wir sind bei 21 minuten ich habe nichts krisen ich hoffe ich kriege das in der aufnahme fertig eigentlich wurde ich noch ein kurzes video machen weil ich ziemlich müde bin weil ich den ganzen tag arbeiten war ich weiß nicht warum ich jetzt so schnell rede es tut mir leid ich hoffe ihr verzeiht mir das passt passt gut okay wie gesagt 200 das wird uns wenig nichts an ich brauche mehr was ist was ist nein eigentlich nicht so kürzern oder was ist los ich hänge mit der hose fest bestimmt ich glaube ich hänge nackt herum ich habe keine hose an es ist definitiv zu wenig braucht locker noch 200 weil es muss ja ungefähr drei hoch sein oder so mindestens mindestens drei hoch habe ich denke das ist dann gut was das ist dann richtig richtig geil mal da können die noch drüber laufen die zombies was bringt nicht nur eine reihe brauche ich schon drei locker wenn nicht vier in der vierer reihe oder eine vierer reihe werde ich brauchen 100 müssten ja schon fertig sein dass da lasse ich ihm dann noch mal 300 300 reichen dann der die soll er noch machen pass auf so ich hoffe das geht sich auch aus naja geht sich easy locker bitte was ist los was bei drei anzen so perfekt was habe ich ist mir wirklich heiße weil ich den dreck jahren ab denke ich so ja ist schon gut ist schon gut was da draußen passt das so dass das schieben ist schief gar ich weiß ja nicht wo das ansetzt das ist jetzt ja ich muss dazwischen was sind und in den ecken dinge bingabit dingle track es ist immer noch so als das kann es jetzt nicht sein oder alles ist gut solange du willst aber ich denke das was ich gerade mache ist gar nicht so schlecht das ist gar nicht so schlecht das hilft bestimmt bei der hortennacht es ist einfacher für mich bestimmt die die horde zu killen wenn ich nicht von oben schießen muss es ist bestimmt einfacher nein so passt naja dann trink was ich weiß nicht was los mit dir ist kann seine zeit da so kühle ich bis hier ab dann ist gut dann wird weiter kackelt aber ohne diskussion jenga belt erst ich glaube ich bin ich zu leise eigentlich oder muss ich wieder schreien sonnenstich kriege ja aber dann jetzt was wer doch nicht daran sterben oder aber habe ich noch nie gehabt so schlimm halt heißt wieder ohnmächtig oder so interessant zu wissen durch kriegt er schnell das ist mir klar aber es macht nichts ich habe genug wasser kommt ja super ist das macht schon gut ist schon gut mein freund reich dir nicht auf so sind wir gleich fertig so wie wird es aber kommen noch nicht so weit aber es ist halt schon was okay da brauche ich noch so dinge das habe ich gewusst das habe ich von anfang an gewusst ich habe ja mittag gehabt so ist es aber ich denke das hat schon drauf das ist das ist schon geil wenn es zu was heißt das ist viel besser als eine mauer finde ich jetzt das ist halt so cool ist einfach cool ok kann ich das hier platzieren place bitteschön muss ich dann von oben machen nämlich an ja gut sind wir fertig ich bin schon bei 28 minuten wir schauen mal aus 143 gut da kriege nur an zwei runden hin da muss ich definitiv noch eine reihe wenn ich zwar hier auch da muss ich noch wahnsinnig drauf klatschen so ist es nicht nein nein es hat schon passt mal kurz schauen ups hier jetzt passiert nichts großartiges gell es gehört dazu aber das gehört zum spiel so ist es so ist es und nicht anders sowas gehört dazu na du idiot na ich bin so dumm ich bin so dämlich alter bitte bitte 2500 halt das aus okay hey das ist gut das ist richtig gut na na schweife warum drück ich jetzt immer so einmal zu viel ich verstehe net passt das nein das passt das ist eigentlich gar nicht so easy für mich weil eigentlich baue ich gerade momentan immer nur dasselbe und muss ja während der ist nicht mehr ein bisschen reden oder oder soll ich die ganze dicke holen ich weiß es nicht ich glaube reden muss ich schon natürlich muss ich reden ist ja das ist ein blöd sein aber was ist die frage was reden ich sage ich mache diese runde jetzt noch fertig weil es wird schon viel zu lange es ist einfach es ist schon viel zu lang das dass das kann einfach so nicht weitergehen meine damen und meine herren das unglaublich ist einfach eine frechheit was ich hier fabrizier das ist nicht mehr normal so runde fertig das hat schon was heißt das hat schon style ist schon cool so also ich denke hier würden die könnten noch rüber könnten noch drüber sicher na aber ich finde ich finde es nicht schlecht ist es macht auch optisch viel mehr her finde ich als nur eine plumpen mauer mir sehr klar dass das nicht lang halten wird müsste ich sowieso noch aufwerten halt diese blöcke sie sind gerade mal wie viele 55 ja 500 schad zwei schläge und den habe ich gott was mache ich dafür ja zwei schläge und den habe ich da sagt beim test weg hast du hast meine ob das nicht mehr geht kann bleibt sind auch erzählen wir nichts so sie müssen sowieso abwerten blume du sagst jetzt wieder schauen wieder schauen ich habe gesagt ich nehme jetzt jeden dreck auf und auch wenn nichts passiert ihr wolltet es so ich mache es auch so was soll ich sagen was soll das sagen ist so jetzt ist jetzt so gut dann am tag für das zusehen macht es gut haut rein und immer brav sein tschüssi